Noch mal ein kurzes Video jetzt zum Stern, denn ich hatte vorhin im Challenge-Video vergessen, euch zu sagen, wo der ist. Auf Leiderbildschirm konnte man ja den Ember-Charakter sehen, der hier vorm Vulkan stand. Und dann konnte man links oben in der Ecke auch den Stern letztendlich sehen. Im Prinzip stand der Ember-Charakter da unten, wo ich jetzt raufgucke. Und hier oben links müsste dann der Stern sein. Genau, dieser Ecke dürfte er definitiv sein. Ich kann leider den Ladebildschirm noch nicht zeigen, weil ich ihn jetzt im Internet gar nicht gefunden hatte und ich ihn noch gar nicht selbst freigestaltet habe. Aber trotzdem, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo, Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!